Das sind Alex und Annika. Alex und Annika wollen ihr in die Jahre gekommenes Auto durch ein neues ersetzen. Dafür suchen sie zunächst ein Autohaus auf. Der Autoverkäufer macht ihnen ein Angebot. Aber entweder bekommen sie einen guten Preis für ihren Gebrauchten und erhalten einen kleinen Rabatt auf den Neuwagenkauf oder sie bekommen einen geringen Preis für ihr altes Auto und erhalten einen hohen Rabatt auf den Neuwagen. Aber warum können sie nicht den Höchstpreis für ihren Alten und gleichzeitig den Maximalrabatt für den Neuen bekommen? Ganz einfach, weil für den Händler beide Geschäfte zusammengehören. Alex und Annika entscheiden sich dafür, beide Geschäfte voneinander zu trennen. Schnell und einfach buchen sie einen Termin in der nächsten Wirkaufen-dein-auto.de-Filiale. Hier bekommen sie eine bessere Alternative. Die Kfz-Experten ermitteln unabhängig den besten Preis für ihren Gebrauchtwagen und sie können sofort verkaufen. Mit diesem Geld gehen Alex und Annika zum Händler und handeln den besten Preis nach Lars für das neue Auto aus. So bekommen sie das Maximum aus beiden Geschäften und sichern sich das beste Gesamtergebnis. Wirkaufen-dein-auto.de Die clevere Alternative zur Entzahlungnahme.